Doch die Einhörner waren in Wirklichkeit Aliens und bieten ihn auf ihr Raumschiff. Du bist doof, das waren keine Aliens. Woher willst du das denn wissen? Na gut, dann hatten die aber rosa Schiffe. Um vom Raumschiff zu entkommen, musste er drei schwere Mathe-Rätsel lösen. Was ist die Wurzel aus 25 geteilt durch 3 mal 15? Was für eine Wurzel? Na gut, na gut. Was ist 3 mal 3? 9? 25 geteilt durch 5? 5! 21 geteilt durch 3? 7! Alle richtig. Nachdem er alle Rätsel richtig gelöst hatte, öffnete sich eine Tür zu einem roten Knopf. Er überlegte, den Knopf zu drücken. Ich will nicht, dass er den Knopf drückt. Wieso denn nicht? Du machst bestimmt, dass wieder was ganz Schlimmes passiert. Quatsch, wir sind ja auf einem Raumschiff und hier sind Einhorn-Aliens. Wie kann es denn noch schlimmer werden? Na gut, also drückt er den Knopf und wurde weg-teleportiert. Ha! Was ist das? Wieso denn hier? Na gut, also drückt er den Knopf zu einem guten Knopf. Und ich treffe mal ein bisschen mehr mit dem Knopf, denn hier bist du zu einem Knopf. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Du kannst dich veilig. Was ist das?